Hallo, liebe Freunde, vielen Dank, dass Sie sich wieder bei uns bekommen und unseren Kanal ausgewählt haben. Im heute Video präsentieren wir Ihnen 14 unglaubliche Erfindungen neuer Technologien. Stehen Sie nach hinten. Verpassen Sie nicht das Beste, was wir für Sie ausgewählt haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns in die Kommentare schreiben und uns mitteilen, welche Themen Sie interessieren. Und wir machen dieses Video für Sie. Schreiben Sie, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und teilen Sie mit Freunden. Nummer 14 Escape Rescue Evakuierungssystem Stellen Sie sich eine Reihe von Paddeln vor, die strategisch in einem Gewässer platziert sind. Wenn sich diese Paddel auf und ab bewegen, erzeugen Sie Wellen, die nach außen wandern und sich schließlich zu den beeindruckenden Wellen entwickeln, die wir gerne surfen und bewundern. Aber hier liegt das Faszinierende. Wellenmotoren können genutzt werden, um saubere, erneuerbare Energie zu erzeugen. Es ist, als würde man die ultimative Quelle natürlicher Kraft erschließen. Wellenenergiekonverter sind die Superhelden der nachhaltigen Energie. Sie erfassen die kinetische Energie von Wellen und wandeln sie in Strom um, ohne schädliche Treibhausgase oder Schadstoffe auszustoßen. Ingenieure und Wissenschaftler auf der ganzen Welt erweitern ständig die Grenzen der Wellenenergie-Technologie, um sie effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Wenn Sie also das nächste Mal auf das Meer blicken, denken Sie daran. Unter diesen faszinierenden Wellen liegt das Potenzial für eine strahlendere, grünere Zukunft. Reiten Sie auf der Welle der Innovation mit Wellenmotoren. Die Energie des Ozeans erwartet Sie. Nummer 13. Rohrbarriere. Stellen Sie sich Folgendes vor. Starker Regen regnet, Flüsse schwellen an und Überschwemmungen steigen. Das ist ein Szenario, das vielen nur allzu bekannt vorkommt. Aber keine Angst, denn Tubebarrier ist hier, um den Tag zu retten. Was genau ist Tubebarrier? Nun, es handelt sich um ein revolutionäres Hochwasserschutzsystem, das das Wasser in Schach halten soll, wenn Mutter Natur beschließt, einen Tantru auszulösen. Die Einrichtung von Tubebarrier ist ein Kinderspiel. Es ist, als würde man eine riesige Lego-Wand bauen, aber anstelle von Blöcken verwendet man haltbare, mit Wasser gefüllte Röhren. Ich lebe in der Nähe eines Flusses und Überschwemmungen waren früher ein Albtraum. Aber seit wir Tubebarrier installiert haben, fühle ich mich viel sicherer, weil ich weiß, dass mein Zuhause geschützt ist. Das ist das Schöne an Tubebarrier. Es ist nicht nur ein Hochwasserschutzsystem. Es ist ein Seelenfrieden für Sie und Ihre Lieben. Wenn es zu regnen beginnt, tritt Tubebarrier in Aktion und dehnt sich aus, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen, die Ihr Eigentum sicher und trocken hält. Nummer 12. Wave Engine Stellen Sie sich Folgendes vor. Endlose Wellen, die gegen das Ufer schlagen, ein faszinierender Anblick. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese Wellen mehr können, als nur zu hypnotisieren? Hier kommt Wave Engine Corp. ins Spiel. Bei Wave Engine Corp. Nutzen wir die immense Kraft der Meereswellen, um saubere, erneuerbare Energie zu erzeugen. Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit. Es geht darum, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir unsere Welt mit Energie versorgen. Unsere Mission bei Wave Engine Corp. ist einfach. Saubere Energielösungen bereitzustellen, die sowohl effizient als auch umweltfreundlich sind. Mit unserer innovativen Technologie ebnen wir den Weg in eine grünere Zukunft. Aber wie funktioniert es? Eigentlich ist es ganz einfach. Unsere Wellenenergiegeräte erfassen die kinetische Energie der Meereswellen und wandeln sie in Elektrizität um, die dann zur Stromversorgung von Haushalten, Unternehmen und mehr genutzt werden kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals den Tag erleben würde, an dem ich mein Zuhause mit der Energie des Ozeans versorgen könnte. Dank Wave Engine Corp. ist es jetzt Realität. Nicht nur die Technologie ist unglaublich, sondern auch das Wissen, dass ich einen Beitrag leiste. Zu einem saubereren Planeten macht es noch besser. Wave Engine Corp. verändert das Spiel wirklich. Nummer 11. O'Neill Das Herzstück der Innovation von O'Neill Xquin ist Ihre intuitive Smartphone-App. Mit nur wenigen Fingertipps können Sie Ihr gesamtes Smart Home-Ökosystem steuern, von der Einstellung des Thermostats bis zum Dimmen der Lichter, alles von Ihrer Handfläche aus. Aber es geht nicht nur um Komfort, sondern auch um Sicherheit. Die hochmodernen Sicherheitsfunktionen von O'Neill Xquin geben Ihnen Sicherheit, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und überwachen Sie Ihr Eigentum in Echtzeit, um Ihre Lieben und Ihr Eigentum zu schützen. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. O'Neill Xquin revolutioniert nicht nur das Zuhause, sondern auch den Arbeitsplatz. Mit Ihren hochmodernen Bürolösungen können Sie Arbeitsabläufe rationalisieren, die Produktivität steigern und eine kollaborativere Umgebung schaffen. Für Ihr Team, ganz gleich, ob Sie Ihr Zuhause modernisieren oder Ihr Geschäft vorantreiben möchten, O'Neill Xquin Technology ist für Sie da. Ergreifen Sie noch heute die Zukunft und erleben Sie den Unterschied selbst. O'Neill Xquin Technology, wo Innovation auf Möglichkeiten trifft. Nr. 10. Pininfarina Windkanal Das Wichtigste zuerst. Wer oder was ist Pininfarina? Nun, es ist kein bekannter Name wie Ferrari oder Lamborghini, aber er ist für die Automobilwelt genauso wichtig. Pininfarina ist eine italienische Designfirma, die seit über 90 Jahren für die Entwicklung atemberaubend schöner Autos bekannt ist. Von Ferraris bis hin zu Alfa Romeos haben Sie einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche hinterlassen. Stellen Sie sich vor, Sie wären Autodesigner. Sie haben dieses Killer-Konzept, aber woher wissen Sie, ob es auch so gut funktioniert, wie es aussieht? Hier kommt der Pininfarina Windkanal ins Spiel. Stellen Sie sich eine riesige Röhre vor, in der Autos auf Herz und Nieren geprüft werden und gegen unterschiedlich schnelle Winde ankämpfen, um zu sehen, wie Sie sich aerodynamisch verhalten. Es ist wie die ultimative Teststrecke, nur dass es um den Luftwiderstand geht. Nun, es geht um Effizienz und Leistung. Ein schlankes aerodynamisches Design kann die Kraftstoffeffizienz verbessern, die Höchstgeschwindigkeit erhöhen und die Stabilität auf der Straße verbessern. Mit anderen Worten, es ist der Unterschied zwischen ME und WOW. Jetzt lasst uns einen Moment lang die Welt erkunden und über Technik reden. Der Pininfarina Windkanal ist mit hochmodernen Sensoren und Instrumenten ausgestattet, um alles vom Luftwiderstand bis zu den Auftriebskräften zu messen. Es ist wie ein High-Tech-Labor für Autos. Lassen Sie uns jetzt einen Moment lang die Welt erkunden und über Technik reden. Der Pininfarina Windkanal ist mit modernsten Sensoren und Instrumenten ausgestattet, um alles vom Luftwiderstand bis zur Auftriebskraft zu messen. Es ist wie ein High-Tech-Labor für Autos. Nummer 9 Brailleon Ultra Reality Trademark Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Welt, in der Ihre Sinne nicht mehr an die Grenzen der physischen Welt gebunden sind. Brailleon hebt die virtuelle Realität auf eine ganz neue Ebene. Es geht nicht nur um Sehen und Hören, sondern auch um Fühlen und Erleben. Bei Brailleon sind sie nicht nur ein Beobachter. Du bist ein aktiver Teilnehmer an deinem eigenen Abenteuer. Egal ob sie ferne Planeten erkunden, in die Tiefen des Ozeans eintauchen oder in einer mittelalterlichen Burg gegen Drachen kämpfen, die Möglichkeiten sind endlos. Aber was unterscheidet Brailleon von anderen VR-Erlebnissen? Es dreht sich alles um die Ultra-Reality-Trademark-Technologie. Mit Hilfe fortschrittlicher haptischer Feedback-Systeme stimuliert Brailleon ihren Tastsinn und sorgt dafür, dass sich virtuelle Objekte unglaublich lebensecht anfühlen. Und vergessen wir nicht den Klang, die räumliche Klangtechnologie von Brailleon schafft eine immersive Audio-Umgebung, die Ihnen das Gefühl gibt, wirklich dort zu sein. Darüber hinaus können Sie dank seines schlanken und komfortablen Designs stundenlang fesselnde Unterhaltung ohne Beschwerden genießen. Nummer 8 Ringboot Was unterscheidet den Ringboot nun von einem durchschnittlichen Roboter? Beginnen wir mit seinem Design. Dieser böse Junge kombiniert elegante Ästhetik mit modernster Technik und macht ihn nicht nur zu einem Transportmittel, sondern zu einem Statementstück. Aber Moment, es gibt noch mehr. Beim Ringboot geht es nicht nur um das Aussehen. Dank seines Enhanced Gyroskopischen Levitationssystems, kurz EGLS, kann dieses Einrad wie ein Profi durch den Großstadteschungel navigieren. Denken Sie an enge Kurven, überfüllte Straßen und sogar unebene Straßen. Gelände der Ringboot meistert alles mit Leichtigkeit. Egal, ob Sie auf Ihrem täglichen Weg durch die geschäftigen Straßen der Stadt rasen oder Abenteuer abseits des Stromnetzes erleben, Die EGS-Technologie des Ringboot sorgt jedes Mal für eine reibungslose und stabile Fahrt. Darüber hinaus ist er dank seiner intuitiven Steuerung für Fahrer aller Erfahrungsstufen zugänglich. Ebenen Und das Tüpfelchen auf dem Ei, der Ringboot ist auch noch umweltfreundlich. Mit seinem elektrischen Antriebsstrang können Sie emissionsfreie Fahrten genießen und gleichzeitig Ihren CO2, Fußabdruck, reduzieren. Es ist eine Win-Win-Situation für Sie und den Planeten. Und das Tüpfelchen auf dem Ei, der Ringboot ist auch noch umweltfreundlich. Mit seinem elektrischen Antriebsstrang können Sie emissionsfreie Fahrten genießen und gleichzeitig Ihren CO2, Fußabdruck, reduzieren. Es ist eine Win-Win-Situation für Sie und den Planeten. Nummer 7 Lebensmittellieferroboter Lernen Sie Ihren neuen besten Freund kennen. Den Food Delivery Robot. Ihren persönlichen kulinarischen Kurier. Es ist nicht irgendein Lieferservice. Es ist die Zukunft des Essens auf Rädern. Ob Sie Lust auf Sushi, Pizza oder einen saftigen Burger haben, dieser kleine Roboter hat alles, was Sie brauchen. Mit ein paar Fingertipps auf Ihrem Smartphone wird Ihre Bestellung schnell zum nächsten Restaurant weitergeleitet. Sobald Ihre Mahlzeit frisch zubereitet ist, wird sie sorgfältig in den sicheren Behälter des Roboters gelegt, um sicherzustellen, dass sie heiß und verzehrfertig ankommt. Regen- oder Sonnenschein, Tag oder Nacht. Der Food Delivery Robot trotzt den Elementen, um Ihnen die Nahrung zu liefern, nach der Sie sich sehnen. Kein Schlangestehen oder Parken mehr. Ihre Mahlzeit ist nur einen Roboter entfernt und das Beste daran. Es ist nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Verabschieden Sie sich von übermäßiger Verpackung und verschwendeten Lebensmitteln. Der Food Delivery Robot hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie wir essen, zu revolutionieren. Wenn also das nächste Mal der Hunger zuschlägt, überlassen Sie dem Food Delivery Robot die schwere Arbeit. Es ist schnell, zuverlässig und immer bereit, Ihre Lieblingsgeschmacksrichtungen zu servieren. Guten Appetit! Nummer 6 AstroBot S1 Lernen Sie AstroBot S1 kennen, Ihren ultimativen Begleiter für die Erkundung des Kosmos. Mit seinem hochmodernen Design und seiner fortschrittlichen Technologie revolutioniert AstroBot S1 die Weltraumforschung wie nie zuvor. Ausgestattet mit fortschrittlichen Sensoren und Kameras navigiert, AstroBot S1 präzise und agil durch den Weltraum. Ob es um die Erkundung entfernter Planeten oder das Manövrieren durch Asteroidenfelder geht, AstroBot S1 ist immer für die Herausforderung bereit. Aber AstroBot S1 ist mehr als nur ein Forschungsroboter. Er ist auch ein wertvoller Begleiter für Astronauten auf Langzeitmissionen. Mit seiner freundlichen Persönlichkeit und hilfsbereiten Art bietet AstroBot S1 den Menschen im Weltraum eine wesentliche Unterstützung. Von der Reparatur von Raumfahrzeugen bis hin zur Unterstützung BI, der wissenschaftlichen Forschung, ist AstroBot S1 ein unverzichtbares Mitglied jeder Weltraummission. Seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit machen ihn zum perfekten Begleiter für jeden Astronauten. AstroBot S1 ist bereit, Sie auf Ihrer Reise zu den Sternen zu begleiten. Machen Sie sich bereit, die Zukunft der Weltraumforschung mit AstroBot S1 zu erleben. Nummer 5 Solzkin Denken Sie an die Momente, in denen Sie nach draußen gehen und spüren, wie die warmen Sonnenstrahlen Ihre Haut küssen. Das ist Solzkin, das seine Magie entfaltet. Aber bei Solzkin geht es nicht nur darum, sich gut zu fühlen. Es ist auch unglaublich gut für Sie. Wenn Ihre Haut diese Sonnenstrahlen aufnimmt, regt sie die Produktion von Vitamin D an. Das für starke Knochen. Ein gesundes Immunsystem und sogar ein besseres Immunsystem unerlässlich ist. Nachtschlaf Und nicht nur wir Menschen profitieren von Solzkin. Pflanzen gedeihen unter seinem nährenden Glanz und wandeln Sonnenlicht durch Photosynthese in Energie um. Außerdem bringt Solzkin Menschen zusammen. Ob es sich um ein Picknick im Park, einen Strandtag mit Freunden oder einfach um einen Spaziergang durch die Nachbarschaft handelt, bei Sonnenschein fühlt sich alles besser anstrahlt hell. Wie können Sie also das Beste aus Solzkin herausholen? Es ist einfach. Gehen Sie einfach nach draußen. Atmen Sie die frische Luft ein und genießen Sie die Sonnenstrahlen. Egal ob Sie spazieren gehen, im Garten ein Buch lesen oder einfach nur in der Sonne faulenzen. Denken Sie daran, Ihre Haut mit Sonnenschutzmitteln zu schützen und ausreichend Feuchtigkeit zu spenden. Und wenn der Tag zu Ende geht, genießen Sie den Schein eines wunderschönen Sonnenuntergangs und sind dankbar für einen weiteren Tag voller Solzkins Wärme und Freude. Sie fahren eine dunkle, kurvenreiche Straße im australischen Outback entlang, als plötzlich ein Känguru aus dem Nichts hüpft. Es ist eine Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde. Ausweichen und einen Unfall riskieren oder auf die Bremse treten und auf das Beste hoffen. Es handelt sich um ein einfach Kumpel. Ich hatte ständig beinahe Unfälle, bis ich ein Rubech bekam. Nun, ich habe seit Monaten kein Rubech mehr auf der Straße gesehen. Anfangs war ich skeptisch, aber nach einer zu vielen knappen Entscheidung beschloss ich, es auszuprobieren. Lassen Sie mich Ihnen sagen, ob Sie ein erfahrener Outback-Entdeckungsflug unterwegs ist. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und besorgen Sie sich ein Rubech. Ein kleiner Aufkleber bietet Sie. Nummer 3. Adwea betreiben. Nicht jede Adware ist gleich. Einige sind harmlose Belästigungen, während andere ihre Privatsphäre und Sicherheit ernsthaft gefährden können. Nummer 4. Volkswagen. Rubech. Sie surfen im Internet, kümmern sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und plötzlich BAM! Sie werden mit Anzeigen für Produkte bombardiert, von denen Sie noch nie gehört haben. Klingt bekannt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Antivirensoftware auf dem neuesten Stand ist. Dies kann dabei helfen, schädliche Adware, die auf Ihrem Gerät lauert, zu erkennen und zu entfernen. Achten Sie als nächstes darauf, was Sie herunterladen. Halten Sie sich bei der Installation neuer Apps oder Programme an vertrauenswürdige Quellen und lesen Sie stets die lästigen Geschäftsbedingungen. Diese praktischen Tools können unerwünschte Werbung herausfiltern und sorgen so für ein saubereres und angenehmeres Surf-Erlebnis. Da haben Sie es also, Leute. Das Ausführen von Adware mag harmlos